Aus den YouTube Hauptnachrichtenstudios in Berlin. Die Lately Show mit Florian Strehletz. Willkommen zurück zur Lately Show. Ich bin YouTubes Florian Strehletz. So langsam neigt sich unsere erste Staffel dem Ende entgegen. Und dabei ist uns aufgefallen, dass unheimlich viele Themen es nicht in eine eigene Show geschafft haben. Also dachten wir uns, packen wir doch all diese Themen, die immer über den Rand gefallen sind, in eine Show. Und weil es so viele Themen sind, sind es sogar zwei Shows. Also kommen wir zum ersten Teil unseres – nicht in die Show geschafft, aber trotzdem nicht vergessen – und fangen mit dem Thema an. Donald Trump in the Silicon Valley – Best Friends Forever? Die Lately Show mit Florian Strehletz. Silicon Valley hinter sich zu haben, hat noch nie geschadet. Und gerade als Wirtschaftszweig oder eher als Wirtschaftsast ist das Silicon Valley wichtig für jeden Präsidenten. Also wollte sich Trump bei denen ordentlich anbiedern, indem er ihnen einen massiven Steuererlass auf das Repatriieren von Auslandsgewinn versprach. Repatriieren heißt nix anderes als nach Hause zurückholen. Und für ein Unternehmen wie Apple, das über 52 Milliarden US Dollar außerhalb der USA gepackt hat, wäre das super interessant, weil ihnen aktuell die Steuer bisher deutlich zu hoch war. Denn Steuerzahlen ist natürlich auch total doof. Aber eine Senkung der Steuer ist natürlich ein super Deal. Nun hat Donald Trump aber auch hier bisher nichts geliefert. Eigentlich erstaunlich, denn auch er wäre ja mit seinen Firmen Nutznießer von dieser Steuersenkung. Das Einreiseverbot und der Ausstieg aus dem Klimavertrag haben die zarte Bro-Bande zwischen Trump und dem Silicon Valley auch ziemlich schnell kaputt gehen lassen. Dem Silicon Valley ist der Mensch und die Natur ziemlich egal. Mitarbeiter, die nicht einreisen dürfen, ist Scheiße. Scheiße, nicht weil es unfair ist gegenüber dem Mitarbeiter, sondern Scheiße, weil dann die Arbeitskraft fehlt. Denn kein Arbeiter, keine Umsätze. Keine Umsätze, keine Gewinne. Keine Gewinne, bockige Shareholder. Und das will keiner. Das war der Grund, warum das Silicon Valley Mobil gemacht hat. Unternehmeneffekt für viele Firmen war ja auch, dass sie geile PR hatten bei ihren Aktionen gegen das Einreiseverbot. Geile PR wie beim Klimaschutz. Wenn ich dem Verbraucher vorgaukeln kann, ich sei ein grünes Unternehmen, dann kauft er viel lieber bei mir ein, weil er tatsächlich glaubt, damit etwas Gutes zu tun. Mit Klimaschutz auf der Verpackung kann man immer noch das ein oder andere iPhone mehr verkaufen. Googelt man aber Apple Zinnabbau, dann sieht man, dass die Wichtigkeit des Klima- und Umweltschutzes nicht größer ist als das mitgelieferte Handbuch beim iPhone. Von daher war zwischen Trump und dem Silicon Valley das Best Friends Forever nur kurz und schmerzhaft wie der Zinnabbau für die Hände der Kinder in Indonesien. Aber kommen wir nun zu den Panama Papers. Also Panama und Papers interessiert es jetzt wirklich jemanden? Die Lately Show mit Florian Strzeletz. Das war der Aufschrei groß, als vor fast 18 Monaten die sogenannten Panama Papers veröffentlicht wurden. Jetzt fragt man sich, was sind die Panama Papers? Das war ein mehrere Terabyte großer Datenleak von vertraulichen Unterlagen vom panamarischen Offshore-Dienstleister Mossack Fonseca. Diese Leaks zeigten, wie Firmen, Privatmenschen und auch Fußballstars Ronaldo, wir sehen uns vor Gericht, mit legalen, aber vor allem mit illegalen Mitteln Steuervermeidung betrieben. Und das in einem gigantischen Ausmaß. Nicht Millionen oder Milliarden. Das geht über die Jahre und Jahrzehnte in die Billionen. Und wie in Panama eine eigene, hochprofessionelle Steuerverschleierungsmaschine seit Jahrzehnten betrieben wird. Wie in so ziemlich jeder anderen Steueroase auch. International hat es damals ziemlich viel Staub aufgewirbelt. So ungefähr zwei oder drei Tage lang. Und danach war es wieder Schnee von gestern. Wie immer. Wir schaffen das immer wieder. Cum-Ex hat im deutschen Staat über 30 Milliarden gekostet, die weg sind und vielleicht nie wieder kommen werden. Aufschrei und vorbei. Neue Korvetten der Bundeswehr. Viel zu teuer verhandelt. Kleiner Aufschrei und vorbei. Aber wehe Boris Becker geht pleite. Tagelanges Berichten, live vor x-beliebigen Besenkammern, in der Hoffnung, Boris Becker den letzten Rest seiner Würde nehmen zu können, wenn er die nicht schon lange vorher verloren hat. Aber bei einem Thema, wenn Milliarden zerzogen werden, Milliarden uns geklaut werden, Aufschrei, Langeweile, keine Titten zu sehen. Milliarden, die den Kommunen, den Ländern an allen Ecken fehlen. Etwas, das wir an allen Ecken und Enden selber spüren. Egal. Einfach weiter. Versendet sich schon. Gibt es von Boris was Neues? Klatsch schlägt Journalismus. Schwachsinn schlägt Realität. Quote vom Dschungelcamp. Wichtiger als über die Panama Papers zu reden. Und wenn wir über etwas auch nicht mehr reden, dann ist das die FIFA. Und dem Thema Fußball und Korruption. Das neue FIFA 2018. Im Handel seit 1904. Die Lately Show mit Florian Strillet. Und seitdem erfolgreich corrupt bis ins Mark. Nun war es klar, dass unter der Ägide von Sepp Blatter es nicht mehr so weitergehen konnte. Und so begann die FIFA-Ethikkommission den Laden nach und nach aufzuräumen. Auch wenn einige eher meinten, der sicherste Weg wäre, das FIFA-Gebäude komplett zu evakuieren und dann abzufackeln. Auch wurde 2015 ein neuer FIFA-Boss installiert, der alles besser machen sollte. Gianni Infantino. Und er machte es besser. Gleich dem Motto, wir sollten es besser wieder so machen wie unter Blatter. Mit dem Höhepunkt, dass er die beiden Chefs der Ethikkommission feuerte, per SMS, als diese gerade auf dem Weg nach Bahrain waren. Und Bahrain erst davon erfuhren. Und hier beginnt auch eine gewisse Analogie zu Donald Trump. Denn die Ethikkommission begann gegen ihn zu ermitteln. Also nicht gegen Donald Trump. Die Ethikkommission der FIFA ist die einzige Instanz auf der ganzen Welt, die definitiv nicht gegen Donald Trump ermittelt. Also zumindest bisher. Nein, die Ethikkommission begann im Umfeld des FIFA-Bosses Infantino zu ermitteln. Also feuerte er deren Chefs. Wie Trump via James Comey beim FBI. Weil auch der gegen Trump ermittelte. Aber im Gegensatz zu Donald Trump kam Gianni Infantino damit weg. Und das zeigt, wie die FIFA, auch ohne Sepp Latter, immer noch bis über beide Ohren in einem Sumpf aus Korruption steckt. Aber das gibt uns die Chance, zum ersten und vermutlich auch zum letzten Mal nun die Top 3 zu zeigen von Menschen bzw. Institutionen, die alle transparenter sind als die FIFA. Auf Platz 3 Helmut Kohl und seine Liste von Spendern in die Schwarzkassen der CDU, deren Namen er mit ins Grab nahm und dabei trotzdem transparenter war als die FIFA. Auf Platz 2 die katholische Kirche mit allen Missbrauchsskandalen in den letzten 100 Jahren und selbst das kategorische Negieren und Kleinreden war immer noch transparenter als die FIFA. Und auf Platz 1 die italienische Mafia, die gefragt, ob sie etwas mit den korrupten Strukturen der FIFA zu tun hat, meinte, Alter, selbst wir sind ehrlicher und transparenter als die FIFA. Außerdem stellen wir den Beton-Eimer für das Versenken im See. Bei der FIFA musst du die als Ethikkommissar selber mitbringen. Das war wieder unsere Show für heute mit dem ersten Teil von Nicht in die Show geschafft, aber trotzdem nicht vergessen. Nächstes Mal gibt es dann den zweiten Teil. Und nicht vergessen, liken, supple, Stulle schmieren. Bis zum nächsten Mal. Warum steht da jetzt ein Beton-Eimer und wer sind die netten Männer im Nadelstreifenanzug? Die Letty Show. Join or lass es sein.